Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria, wo wir gerade hier hinten direkt mal zu dem Ausrufezeichen hingehen. Heute lassen wir nichts anbrennen. Sie haben nichts anbrennen, aber wir waren alle anbrennen. Sie sagten, nach dem Sie, Herr, und ich sagte, nein, 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 ich einfach nicht, Sie erst, mein Freund. Es gibt keine Chance in Hölle, ich werde Sie erst gehen, Herr. Das stimmt. Aber er sagte, dass wir uns nicht über unsere Schulden haben, und jetzt hat er es zurückgebracht? Das ist inhuman, cruel, schrecklich. Sie haben sich verloren, aber noch haben ihre Erinnerungen. Vielleicht etwas was sie manipuliert. Also ähnlich wie mit dem Geld, was wir fürs Anlegen des Schiffes bezahlt haben. Ja, ähm, für uns geht es jetzt weiter auf die Gefängnisinsel. So, tut mir leid, dass ich kurz weggetreten war. Jetzt geht es mir wieder gut. Da kannst du ja nichts dafür. Äh, so, genau. Da waren wir hin. Meine Entschuldigung. Ich wusste, Prinz Percival! Percival Ilmidd-Asgard. Kräuter Prinz und Heir zu dem Throne des Midgans Kingdom. So, er ist nächst in line, ist er? Es sieht, dass jemand mich bereits hat. Ja, Herr Herr. Ich kann es wissen, von Ihren Fragrant-Wood-Sent, als nur die Royal Family kann es tragen. Aber wenn ich mich gefragt habe, warum? Ich muss mich erklären, um zu bekommen, um deine Hilfe zu bekommen? Ich kann mich selbst fragen, was ein Exorcist ist, mit den Mitglied der Unterwelt zu tun? Ich... Ich bin nicht... Es geht nicht darum, warum du hier bist. Auf diesem Schiff, du hier bist für uns zu nutzen, um unsere Vorteil. Ich bin wie du. Es ist nicht so, dass ich nie wieder zurückkommt. Für einen Mann, der mit einem Silverspon spüren aus seinem Kopf ist, Prinz Eppu ist eher aufgerollt. Prinz Percival ist ein ganz guter Mann, erinnert für seine Intelligenz und seine fairer, justen Beziehung. Es ist offenbar, dass mit ihm auf dem Throne, Midgand's prosperität wird weitergehen, und... Schau, ich spielte Dumb vorhin, aber ich habe das Sinten, auch. Er hat es für uns zu erkennen. Er hat uns zu wissen, was für eine Art Schiff er hält, und wie viel er für uns ist. Er hat mich geholfen, am besten. Du denkst, wir sind in eine andere Schiff? Wir definitiv können nicht diese Möglichkeit aus dem Tisch nehmen. Wenn der Zeit kommt, er wird ein guter Hustage, wenn nichts anderes. Ja, vielleicht erinnert ihr euch ja noch, der war ja auch bei der Rede von Artorius anwesend. Und wenn uns tatsächlich hier eine Falle gestellt wurde? Es sind komische Geräusche, ganz ehrlich, und da ist ein Speicherpunkt vorne vor. Ich traue der Sache nicht. Sie ist tot. Die Headless Knight ist zurück. Waaah! Das kann sehr gut sein, dass es der Dämon war, der den Exorzisten, bzw. die Exorzistin, so zugerichtet hat. Aber so richtig stark scheint er mir gar nicht zu sein. Da hatten wir aber schon stärkere Gegner. Hm. Merkwürdig. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Angel! Boots. Das ging zu leicht. So, did the Abbey actually fail to quell the riot? I find that hard to believe. The prison was heavily staffed with Exorzists. Perhaps it was Venomization. Venomization? A dark ritual. Forcing Demons to eat each other in order to produce ever stronger Demons. So, the demons devoured each other, creating a demon too powerful for the Exorzists to control? I imagine the riot didn't help. Now, whose fault could that have been, I wonder? Whatever happened doesn't matter to us now. We need to focus on how to take this place for ourselves. That Exorzist from before said something about a Headless Knight, right? That one's probably the leader. Then we hunt it down and destroy it. Until we capture the island, let's use this room for our staging ground. I'll leave the Prince and Kamoana to you two. Eliminate any enemies who come in. Understood. Don't expect much from me, but alright. Kamoana, if anything happens, call for me and I'll come running to protect you, okay? Okay. You stay safe too, Eleanor. Let's go. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Besiege den kopflosen Ritter. Den müssen wir jetzt finden. Da hinten ist ein Ausrufezeichen. Wollen wir mal gucken, ob wir da mal hingehen? Wir laufen einfach mal dort rauf und schauen, ob wir da das Ausrufezeichen finden. Ups. Mal schauen. Ja, lang, lang ist es ja, dass wir das letzte Mal umhergeirrt sind. Das heißt, umhergeirrt. So verirrt. Ja, das könnte man eventuell meinen. Warte mal, wo muss ich denn hin? Äh... Wir müssen hier einmal gegen diese Flammenhexen kämpfen. Okay, das hat ordentlich reingehauen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier... Ah! Ein betäubender Tritt wäre ganz nett. Au, 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 au. Das sieht so cool aus. Rokoro ist schon wirklich richtig cool. Vom Kampfstil her auch. Ich komme leider mit ihm überhaupt nicht zurecht. Ich kann ihn selber überhaupt nicht spielen. Leider, leider. So, die werden wir los. Und Aizen hat, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ein Level abbekommen. Äh, hier müssen wir rein. Oder durch. Um zu dem Ausrufezeichen zu kommen. Ach Gott, ach Gott, dachte ich mir schon fast. Hey, es ist du wieder. Ah, ich bin so busy. Ich bin so busy, ich kann nicht even erkennen, was passiert. Ich bin so busy, ich kann gar nicht sehen, was passiert. Ich bin nicht jemanden. Warum nicht? Ich bin so busy, Leute. such unscrupulous business tactics ah perish the thought means our accounting is always above board 25 hours a day eight days a week no matter wins and no matter where's you can get whatever you need for the same fair price that's good to hear Eleanor give the nice turtles that smile he's so desires I'm sure running a business is hard work hang in there much obliged der kleine turtles ähm wollen wir mal da unten durchgehen? Rangbonus was ist denn ein Rangbonus? was zur Hölle? okay äh jetzt bin ich jetzt schon wieder in einen Kampf reingerannt in den ich eigentlich gar nicht reinrennen wollte irgendwie hab ich's nicht drauf oh 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 au 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 okay die werden wir auch los oh Schande oh Schande ich hab ja fast kein Leben mehr Heilung Dankeschön so gut das hätten wir damit auch weiter geht's hier hinten in die Richtung oh wieder mal die Katzgeister ohne zu kämpfen toll jetzt haben wir noch ein gefährliches Treffen hier naaa super so das machen wir jetzt noch und dann schauen wir mal noch in einen der nächsten Räume rein war es noch nicht genau ich glaub heute machen wir jetzt keine so lange Folge so morgen hab ich wieder mehr Luft zack so ja es ist schon in dem äh Modus macht Velvet schon eigentlich wirklich ganz gut Schaden ich dachte eben erst bei dem ähm kopflosen Ritter an äh den Schmied den wir dabei haben muss ich ganz ehrlich sagen aber äh das macht ja keinen Sinn ich bin gespannt wer dieser kopflose Ritter ist boah das ist aber auch wirklich die halten aber auch was aus in diesen äh gefährlichen Treffen Autsch Hallo Könnte mich bitte jemand heilen Boah Boah Puh Ja hast du gut gemacht Rocoro so nehmen wir erstmal die goldene Mitte okay das ist einfach nur so ein Aufenthaltsraum was haben wir hier was sind das die Kisten vom Anfang ich glaub das sind die Kisten vom Anfang weil die die man hier sieht die sind ja eigentlich schon äh doch wieder zurück und nach links hängen in den Kratzgeist lasse ich jetzt mal gerade liegen mhm wie ja ja wenn es weiter nichts ist äh was ist Kodoku das frage ich mich allerdings auch das ihr Lieben werden wir aber erst in der nächsten Folge erfahren denn für heute verabschiede ich mich erstmal von euch und morgen werden wir dann weiter hier über die Gefängnisinsel und durch die endlosen Gänge stöbern und äh die Frage klären das Gespräch anhören und ähm dann schauen ob wir den kopflosen Ritter finden und besiegen können also ihr Lieben danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder macht's gut Tschüss